Nein, 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 nein! Noch mal die wisse los. Weil ein bisschen einhändig ist... Zwei Matches enteinander... Die haben ein Uhlisch. Wie ist das, was der Ommel schafft an dem Ding göra? Boom! Wäre superschön schnappend. Zuss ح ح warum? Der holt dann einfach alles zusammen! Ich muss weggehen! Aua! Ist der jetzt schon kaputt oder was? Da fügt einer! Aua! Aua! Nein, die Muni will jetzt irgendwie... Aua! Ich hab sie! Aua! Au! Nein, ich hatte sie! Nur kurzer Spaß! Das gibt's doch nicht, Mann! Der nächste ist schon zerlegt! Das gibt's doch nicht! Und dann komm ich und es liegt nicht! Nein! Ich bin zu viel Muni für die SMG! Zu sterben! Nein! Und der nächste! Aua! Danke! Einfach bloß groter Abscha und Holzen! Seine Marazini, zwei Kürze! Aber man braucht dann auch zwei Minuten! Deine Marazine! Aua! Jetzt läuft doch was! Aua! 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 Jetzt bin ich eigentlich nur noch... Weil ich durchstarten wollte! Weißt du, ich bin schon wieder voll präsentiert, oder? In Präventivfälle! In Präventivfälle? Ich würde sehr retten! Ich würde sehr retten! Vielleicht irgendwas im Raum, und da hinten steht er noch! Frisch geboren! Aua! Du krieg das nicht! Ich guck mal's mehr! Da ist irgendwas hinten dicht gelogen! Ne, den hat's eigentlich! Aua! Ist der schnull! Ich guck mal's! Ich guck mal's! Ich guck mal's! Me-Roi! Den greiche! Aua! Wissen nicht! Ach, den greiche! Verdammt! Ich bin einfach... Ich bin einfach... Ich will das viel zu... Viel zu sehr... Me-Roi! Aua! Bist du neben dir? Ja! Aua! Aua! Bist du neben dir? In Gegend du bist du eigentlicha! Oh... So jetzt kann man zielen! Jetzt haben wir geschehen in der Luft... Ahhhh... now... Woah! Fuck! Wo ist er? Arschstein, Arschstein! Der alte Karte kann ja das einfach nicht... Notfall! Notfall, Notfall! Ich hab Durchfall! Ich weiß er noch... Woah! Du legst da den Himmel ab! Ja, und? Dumusiker, überlebstest halt! Und die haben wir ja zusammengefahren. Mit einer Mordsgeschwindigkeit. Mord oder nicht? Ah! Ja! Spawn-Kill. Dann hast du aber auch gespawnt. Dann hast du dich nicht selbst kippt. Oh! Fuck! Nein! Da ist er! Den nehmen wir mit! Den nehmen wir mit! Weiß einer! Schnell! Hast du einen Turbo drin? Ah! Fuck! Nein! Ich geh nicht weiter! Hey, Brunius! Scheiße! Der hat mir den Fass angeschraubt. Wie der Troppe hält. Ich muss sagen, wo mein Besten gekippt wird überhaupt. Den her. Du musst mit Skalpieren. Nein! Das ist falsche Waffe. Das ist falsche Waffe drin. Warum? Das ist ein Chaos, oder? Ja. Das ist doch super. Aber da geht nichts. Ja, da geht echt nichts. Ja. Ich glaub, das haben's vollen unten geschraubt. Wär's besser bei Schäfer! Okay! Er hat ihn zwar gefordert, aber er hat nicht ins Blätter. Scheiße! Ich vergesse immer, dass ich gar mit dem hin viel weniger auzähl als die Gegner. Was? Du bist erster. Das kann doch nicht! Ich bin ja auch fähig. Der Kegel ist im Ding. 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 So. Jetzt hab ich Zeit. Verstellen. Jetzt hast du Zeit, ja. Dreimal sie. Ey, da liegt doch noch eine Biode-Kanare. Nein! Ja! Jetzt hab ich einen Granatenruf anstatt geschossen. Der ist ja so schön. Der ist ja so schön. Ich mach hier den riden! Ghost-race! Oh, der Logik! Nein! Zu spät! Ich muss weg. Was war denn das? Zu Saal! Da war eine Huge zu groß. Woah! Fuck, der hat getroffen. Leck mich aus der Eier. Aber jetzt muss ich wollen. Vielleicht noch, weil man das Licht vergessen hat. Ah, fuck! Ich war gerade ausgeschehen in der Kopf, dass es mir oben hochhaut. Wir fliegen nur nach der ersten Teil hier rum. Was? Das ist immer geil! Oh, nehm ich. 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 Scheiße! Meiner! 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 Scheiße! Unter die Beine durch. Du Spawnkiller! Ich Spawnkiller. Du Spawnkiller. Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn getroffen, aber... Ich hab ihn getötet. Schon wieder. Schluss, schon wieder! Schluss, schon wieder! Okay! Und, ich mein ihn? Ne. Wir haben schon doch gemalt, dass ich die ganze Zeit da rum und ich geh das ganze Ding nicht. Ich hab ihn getroffen. Was ist denn da? Hahahaha! Aber der bist doch du gar nicht! Wie toll ist der eigentlich? Ja, das stimmt! Knall einfach da rum! Oh, da steht ja weiter. Ich suche alle an, wenn du die da hast. Oh, fuck, der schafft es ja nie wieder. Wer denn das? Mal Tronius. Immer Tronius. Nee, gar das ist der Chef. Junge, geh, Tronius. Ah, da hat mich eine getrocknet. Bereicht ein Treffer von dem Grusch? Oh, ich hab gesagt, dass es blau geworden ist. Fuck, hab ich verrückst. Ja, verrückst. Der war ein Rockfly. Ah, ja. Ja, das war noch mal eine. Au. Boah, das war nicht so nah neben mir, dass ich durch die ganze Meifläche. Ja. So war das Ding abgelehnt, da die Mäder daneben stehen. See you later. Oh, da hat er einen, der hat sich noch, wenn er sich setzt. Der PR, der draufhaut. Ich hab ein Bier. Ist das schlecht. Der gehört mir. Der gehört an mir. Da, da, da. Hüte mich! Nein! Da bist du bezweif. Hüte mich. Du bist grüßig noch vollkommen. Ja! Ah! Du gespawnden! Ja, ich schaue schon extra auf die Linie gespawnden. Ja, dein... Ah! Dein Auteil war halt nicht bei den 10 Sekunden oder sowas nach dir gespawnden. Da hast du schon abgehackt zum Schauen. So, jetzt gleich noch mal. Kommt der jetzt da wieder? Oh ja. Da, komm mal. Ja, wo war ich? Oh ja, der. Ah, nicht! Ah! Ah! Nein, ist drin! Ah! 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 Das ist gerade der 2, aber ich kann doch nicht dich! Ah! Das ist bloß irgendwelchen Urschrei. Ah! Urschrei! Was baut denn ab? Man könnte ja was angreifen. Ah! 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 Nein! Das ist einfach in die Uhrmacht. Da steht keine Waffe. Aber weniger Schuss! Ah! 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 Da ist der Stohe und da wird's blau. Ah! 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 Ich kann mich selber praten. Ich kann mich selber praten. Ah! Das ist in die Uhrmacht! Nein! Ich bin doch kurz runter. Ah! 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 Sag doch, dass es mir neben einer steht, oder? Dass es mir nie neben einer steht. Dann hab ich ja was gespart. Press to flip. Da war noch einer ganz gewöhnlich der Gericht, die Grise. Du Grise. Jetzt geht's doch nicht, Barik! Ja, weil ich wieder, weil ich wieder ein Kreuzfeuer bekomme. Der Kreuz! Der Kreuz! Der Kreuz, der Kreuz! Ihr Spunkkiller! Ich glaube, dein Tod gerecht. Ja, jetzt hat der Drohne jetzt quasi einen Double-Kill mit mir gehabt, weil er mich zweimal ganz kurz hintereinander gefahren hat. Ja, weil... You killed, you were killed! Merwischt! Da gibt's nichts mehr abzustauern für dich. Arschloch! Aber jetzt kommt jemand. Ah, viele. Ganz große, viele. Ich probiere uns doch mal, es geht was. War das meine? Ne. Ja. Na, ich wäre gewundert. Na, guck mal mal. Demo noch Down, ey! Warum geht er denn Down? Du geht Down! Du geht Down! Nein, du kannst nicht spielen! Du kannst nicht spielen! Du kannst nicht spielen! Wie kommt das die Be Canal? Jetzt geschießt er aus! Na, ich verliere... Verdammt! Steinh Toad! Das geschießt er aus, ey! Die Scheiß... Ja, ich verliere! Verdeckt einen! Ah, ist doch gar nicht klar. Fuck! Jawoll! Nein! Das ist immer das selbe! Immer das selbe mit dir! Auf da! Das ist Funke wie immer, was du hier treibst. Boah! Ich bin schön auf vorne gedrückt! Mal schauen, dass da einer kommt und mich will. Aber ich hätte das mit dem Gewehrwoll. Ein Airborne. Ein Airborne muss man... WTF?! So nebenher... Okay! Ah! Ich muss weg! Ich muss weg! Oh, fuck! Das ist ein Urschrei! Ah, ich habe keine Munition mehr gehabt. Aber das war es wert! Scheiß Deck! Du hast so einen Druck... Ein Grabperler! Du hast ja Urschloch-Wassbeck gehabt. Dann zieh nämlich wie ich hier auslaufe! Läuf! Wie ich auslaufe! Waaaaaaah! Sprrrrrrrr! Da kommt ums Eck! Ja, kämpf, du weikern! Übern Hügel! Scheiße jetzt! Hügel! Hügel und Kämpf! Du... Hügel und Kämpf! Brems, Brems, Brems doch! Zu werkelt, okay. Jetzt habe ich es gerade nicht gewusst, ob ich ihn jetzt oder ob er mich hält. Ich will gewinnen! Ich will gewinnen! Ich will gewinnen! Ich will gewinnen! Was sagt der Chef? Wann da kommt er? Verdammt! Ich glaube, der hat eine Unsichtbarkeit. Wuuu! Nein, der war eindeutig sichtbar. Der hat eindeutig gesehen, dass er auf ihm geschossen hat. Dann schießt er wieder, er ist sichtbar. Okay, anscheinend ist er ein Fuß. Jetzt nicht. Wuuu! Wuhh! Wuhh! Ah, jawoll! Nein! Ah! Nein! Nein, ich habe gewonnen! Das ist nicht gewonnen! So, jetzt machen wir an, du Trommelos! Nix! 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 Vielen Dank.